Liebe Schwestern und Brüder, Zweimal im Jahr können wir alles, was wir an überflüssigen Möbeln im Hause haben, auf die Straße stellen. Es ist Sperrmühl. Manche dieser Sachen sind noch brauchbar. Deshalb kommen viele Interessierte und holen sie ab. Meine Frage ist, warum stellen wir diese noch brauchbaren Möbel auf die Straße? Da kann man viele Begründungen vorbringen. Eine davon ist, wir möchten Platz schaffen. Ja, wir wollen Platz schaffen für die Dinge, die uns wichtiger sind und die uns mehr Freude bringen. Liebe mit Christen, Weihnachten bedeutet, Gott sucht einen Platz auf Erden. Er sucht einen Platz in unseren Häusern und in unserem Leben. Also, wir sollen in unseren Wohnungen und in uns selbst so viel Raum lassen, dass Gott jederzeit zu uns kommen kann und in uns bleiben kann. Das überzeugende Beispiel dafür ist Maria. Als der Engel sie fragte, sagte Maria, Ja, ja, ich habe Platz. Maria hat viel Platz für Jesus in ihrem Leben, sogar in ihrem Leib, sodass Jesus zu den Menschen kommen konnte. Liebe mit Christen, Advent bedeutet, neben vielen anderen Dingen, Platz schaffen für Gott. Dazu helfe uns der Allmächtige Gott. Amen. Amen.